Hallo Welt, was geht ab? Herzlich Willkommen zu Ausgabe 1 meines brandneuen Formats Retro, dem Format, in dem ich mich alten Videospielzeitschriften widmen möchte, von denen ich, sagen wir es mal so, mehr als genug am Start habe. Passend dazu geht's los, ebenfalls mit Ausgabe 1 des offiziellen Playstation 2 Magazins aus dem Jahre 2001. Zu seiner Zeit ist das offizielle Playstation 2 Magazin über die Cypress Verlags GmbH erschienen. Mittlerweile gehört es zum Fundus der Computech Media GmbH. Computech hat mir für dieses Format hier ganz offiziell die Erlaubnis erteilt und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, ganz im Gegenteil. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Computech bedanken. Danke für die Erlaubnis und damit auch das einhergehende Vertrauen. Okay, genug der Vorworte, würde ich sagen. Dann schauen wir uns doch mal an, was jetzt hier vor uns liegt. Ich habe den Titel jetzt schon mehrfach gesagt, es handelt sich dabei um das offizielle Playstation 2 Magazin in Ausgabe 1, erschienen im Januar 2001. Das bedeutet, dieses Magazin ist jetzt über 20 Jahre alt. Und das ist irgendwie ziemlich krass. Also, keine Ahnung, man fühlt sich irgendwie alt, wenn man das so wahrnimmt. Aber gut, wo ist die Zeit hin? Ich habe keine Ahnung. Zu seiner Zeit hat das ganze 14 D-Mark und 80 Cent, hätte ich fast gesagt, Pfennige gekostet. Der Preis ist sicherlich auch dem geschuldet, dass hier eine Demo-Disk immer dem Magazin beilag. Damals war das ja alles noch etwas anders. Ich meine, Printmedien hatten zu der Zeit natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert. Zudem gab es halt immer Disks mit in den Magazinen, mit Demos und Videos, Trailern, Reportagen etc. pp. je nach Magazin. War eigentlich immer sehr, sehr cool, finde ich. Ist heutzutage ja doch anders. Ich meine, klar, vor allem weil Printmedien jetzt nicht mehr so die Rolle spielen und das Internet natürlich Einzug gehalten hat, keine Frage. Aber gerade so Demos. Ich meine, es gibt heute immer noch Demos. Gerade Steam jetzt in letzter Zeit hat ja teilweise so Demo-Festivals, wo man Sachen anspielen kann. Ist schon cool, aber irgendwie, keine Ahnung, ich würde mir mehr Demos wünschen. Aber gut, wie dem auch sei. Also, was sagt uns der Titel noch? Also neu, das einzige Magazin mit spielbaren PS2-Demos. Genau. Können wir auch gleich mal gucken. Hier oben sehen wir es ja schon. Acht Demos, ISS, Wide Wide Racing, Gran Turismo, drei MotoGP und weitere. Ich glaube allerdings, spielbar waren davon nur wenige, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich habe das Magazin jetzt auch schon wirklich lange nicht mehr an der Hand gehabt. In der Vorbereitung habe ich natürlich etwas durchgeblättert, aber vieles ist hier für mich auch wieder neu. Genau. Aber das zum Thema, Demo kommen wir auf alle Fälle noch. Also, die Hits im Test. Rich Racer 5, Tekken Tech Tournament, mein erstes PlayStation 2 Spiel. SSX Snowboarding, FIFA, natürlich darf nicht fehlen, FIFA 2001. Zudem PlayStation 2, die Top-Infos, die PS2 und das Zubehör verständlich erklärt. Aufregende Spiele, heiße DVD-Filme. Die PS2 hebt ab, im Heft spielbare Demos, News, Tests, Tipps und DVDs. Vielleicht da mal zwei Worte dazu irgendwie, wie ich mir das Format vorstelle. Ich möchte meinen Fokus primär auf den Videospielanteil legen. Das bedeutet, wir werden uns die Demos genau angucken, die News und die Tests, alles mögliche. Tipps werden wir nur überfliegen und DVDs werde ich wahrscheinlich gar nicht behandeln. Hier soll es um Videospiele gehen. Klar, die PlayStation 2 war damals das Highlight auch, unter anderem, dass hier ein DVD-Player verbaut war und der zu seiner Zeit, glaube ich, auch ziemlich gut war. Und deswegen haben natürlich auch DVDs einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Aber wie gesagt, mein Fokus wird eher auf den Spieleanteil liegen. Im Hintergrund sehen wir, das ist nicht F-Zero, das ist Y-Board. Y-Board, eines meiner absoluten Lieblings-Franchise eigentlich auf der PlayStation. Und ich würde mir so, so sehr einen neuen Ableger von Y-Board wünschen. Gerade jetzt für die PlayStation 5. Was wäre das für ein Launch-Titel gewesen? Großartig. Dann hätte ich sogar mal überlegt, mir zu versuchen, einen zu ergattern. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie Y-Board leider sehr ruhig geworden. Es gab mal für die PlayStation 4 noch eine Collection mit zwei PlayStation Portable bzw. Vita-Ablegern. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber das war es auch. Seitdem ist es irgendwie ziemlich ruhig gewesen. Ich weiß, es gibt so ein paar Adaptionen für den PC. Aber keine Ahnung. Ich hätte super gerne ein richtiges Y-Board wieder mit einem richtig pumpenden elektronischen Soundtrack. Aber gut, die Hoffnung stirbt jetzt zuletzt. Schauen wir einfach mal, was da vielleicht noch in nächster Zeit auf uns zukommt. Okay, ansonsten sehen wir hier natürlich die PlayStation 2. Genau, Januar 2001. Das ist kurz nach Launch der PlayStation 2 gewesen. Die PlayStation 2 ist ja eigentlich im Jahr 2000 released worden. Ich glaube im März in Japan, im Oktober glaube ich noch in den Staaten und in europäischen Gefilden war es Ende November der Fall. Genau, deswegen kurz danach wurde dieses Magazin hier released und begleitet sozusagen demzufolge auch den PlayStation 2 Start in Europa. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Und natürlich auch hier darf FIFA wieder nicht fehlen. Schon damals omnipräsent irgendwie. Also vielleicht ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Ich persönlich kann jetzt nicht so viel mit Sportspielen anfangen. Hin und wieder, klar, immer mal welche gespielt, aber ist jetzt nicht so mein Genre. Nichtsdestotrotz in dem Format soll es jetzt hier nicht darum gehen, dass ich nur den Artikeln, was auch immer, ja Aufmerksamkeit widme, wo es um meine Lieblingsspiele oder so geht, sondern wir werden hier alles relativ durch die Bank weg behandeln. Genau, das aber nur mal so als Info. Kikus Matthäus Perfektus. Kladiatoren in Fußballtrikots. Naja, das ist halt eine Werbung. Ich denke, allzu viel kann man da jetzt dazu nicht sagen. So, hier kommen wir aber allerdings zum für mich wesentlich spannenderen Teil, nämlich die Demo Disc. Hier sollte eigentlich die OPM 2 Demo Disc 01 2001 kleben. Falls die Disc fehlt, wendet euch bitte an den Zeitschriftenhändler. Ich denke, das könnte heutzutage schwer werden. Ich meine, man könnte es mal versuchen, aber ich glaube, da ist nicht mehr so viel zu machen. Aber natürlich habe ich die gute Demo Disc natürlich auch noch. Genau, die habe ich mir irgendwann mal in so eine Hülle hier gepackt. Hier gibt es auch das passende Cover dazu. Allerdings, genau, das hier ist eher für diese handelsüblichen Hüllen und das hier ist, glaube ich, so ein Slim Case oder so. Keine Ahnung, wie man das auch immer nennt. Aber ich hätte es gar nicht übers Herz gebracht, das Ganze auszuschneiden, ehrlich gesagt. Das hätte sich schon fast wie Vandalismus in dieser Zeitschrift angeführt. Oder, naja, nicht Vandalismus, ihr wisst schon. Hätte ich nicht übers Herz gebracht. Ich habe mich auch immer sehr schwer getan, bei diversen Magazinen das Poster zu entfernen. Bei manchen habe ich es gemacht. Bei vielen ist das Poster, glaube ich, immer noch drin, weil ich irgendwie nichts kaputt machen wollte oder einreißen. Deswegen, ja, ich denke, das wird hier drinnen verweilen. Also, genau, die Demo Disc. Dazu vielleicht auch nochmal kurz ein paar Worte. Den Content der Demo Disc will ich definitiv auch auf meinen Kanal Einzug halten lassen. Es ist immer so eine Sache mit Playstation 2 Capturing. Aber damit muss ich mich nochmal etwas auseinandersetzen. Habe ich zu dem Zeitpunkt bedingt getan. Aber nur, dass ihr schon mal hier Bescheid wisst, ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber ich möchte auf alle Fälle den Content dieser Demo Disc auch im Rahmen dieses Magazins hier irgendwie mit veröffentlichen. Ich denke mal, bis das hier online ist, wird irgendwie was da sein. Und dann seht ihr hier oben oder so eine Einblendung. Und dann, genau, habe ich das im besten Fall schon verlinkt. Und wenn nicht, dann kommt es im besten Fall noch. Genau, das mal dazu. So, die OPM 2 Demo Disc, spielbar. Ach, genau, da haben wir es nämlich. Ich hatte es noch gesagt. Ich glaube, so viel war nicht spielbar. Es ist Wide Wide Racing und International Superstar Soccer ist spielbar. Dazu gibt es Extras und Videos. Was da jetzt der Unterschied zwischen Extras und Videos ist? Keine Ahnung. Vielleicht sind es interaktive Demos. Ich weiß es nicht. Gran Turismo 3 und MotoGP als Extra. Und als Video gibt es EA Sports Tech & Tech Tournament Ready to Rumble Boxing Round 2. Bin mir gar nicht so sicher, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ich hatte auf der Dreamcast mal ein Boxspiel, aber auch nur die Demo. Hab das sehr gerne gespielt. Keine Ahnung, ob das das war. Und Dead or Life 2 Hardcore. Genau, da sehen wir noch hier irgendwie die Steuerung erklärt. Und ein paar Screenshots von Wide Wide Racing und International Superstar Soccer. Ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage noch International Superstar Soccer? Nee, ne? Also ich meine, FIFA ist ja eh der Platzhirsch. Und danach kommt irgendwann noch Pro Evolution Soccer, glaube ich. Wobei, ich glaube, die sind auch vom jährlichen Release weg, glaube ich. Na, keine Ahnung. Wie gesagt, in diesen Sportspielen, da stecke ich nicht so ganz drin. Für Maxi-CD-Hüllen. Ach, da haben wir es auch nochmal. Das CD-Cover passt in jeder Handelsübliche Maxi-CD-Hülle. Solche Hüllen findet ihr im Musikfachhandel. Einfach das Cover ausschneiden, falten und einlegen. So könnt ihr eure OPM2-Demos bequem und übersichtlich archivieren. Okay. So geht's. Naja, gut. Das müssen wir uns jetzt nicht noch genauer angucken, denke ich. Ich denke, das Prinzip, wie das funktioniert, sollte klar sein. Die OPM2-Demo-Discs. Das alles findet ihr auf diesen Monat auf der Demo-Disc. Das alles findet ihr auf diesen Monat auf der... Okay, es ist grammatikalisch nicht ganz richtig, oder? Das ist der Grund, warum ich, glaube ich, gerade so gestolpert bin. Einfach in die PlayStation 2 anlegen und los geht's. Infos zu den Demos ab Seite 10. Okay, hier sehen wir im Endeffekt auch nochmal die Übersicht. Ein paar mehr Screenshots. Genau. Gut. Okay. Ich würde sagen, so viel zum Demo-Teil. Er ist dort, wo du noch nie warst. Was für eine surreale Werbung ist das denn, bitte? Willkommen im Third Place. Stimmt. Das war der Werbeslogan für die PlayStation 2. Krass. Werbung sieht irgendwie auch ziemlich abgefahren aus. Ich weiß nicht. Irgendwie... Also, es ist eine andere Zeit gewesen, glaube ich, oder? So eine Werbung würde man, glaube ich, heutzutage irgendwie... Auf diese Art irgendwie nicht mehr sehen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, es gibt noch viel... Also, ich glaube, teilweise war die Werbung auch für Spiele noch wesentlich offensiver. Man hat sich noch wesentlich mehr getraut. Ich weiß nicht, ob in dem Magazin schon sowas vorzufinden ist. Werden wir sehen. Aber ich erinnere mich, dass es in ein paar Zeitschriften schon Werbung für Games gab, wo man sich so dachte, okay, nicht schlecht. Mutig. Mal gucken. Also, heute würde man wahrscheinlich irgendjemand damit auf den Schlips treten. Aber gut. Ist ein anderes Thema. Okay. Also, genau. Willkommen im Third Place. Das offizielle PlayStation 2 Magazin. Ankunft in der Zukunft. Naja, jetzt eigentlich in der Vergangenheit. Ja, guck mal. Ja, fast. Fast mein Kanalloge geklaut. Ähm, nochmal Glück gehabt. Endlich geht's los. Die PlayStation 2 ist in Deutschland gestartet. Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, um alle PS2-Besitzern ein üppiges Spaßpaket zu schüren. Bei uns findet ihr top aktuelle Infos, kritische Spieletests und fundierte Technik-Infos. Und nicht vergessen, nur im OPM2 Magazin gibt's spielbare PlayStation 2 Demos. Um euch schnell zu informieren, haben wir das OPM2 in drei Bereiche unterteilt. Die Rubriken Games, Movies und Hightech sind übersichtlich gekennzeichnet und behandeln die drei Welten der PS2. Ihr findet schnell, wonach ihr sucht, die Struktur des Magazins. Alright. Also, die Farben sind dann demzufolge stellvertretend für Games, Movies und Hightech. Hightech ist super, News, Anschlüsse und Technik-Infos. Okay. In diesem Monat haben die Hersteller leider nur zwei spielbare Demos rechtzeitig fertiggestellt. In Kürze werden natürlich mehr spielbare Demos auf der Disc sein. Als Ausgleich haben wir zwei fette Extras, nämlich Gran Turismo 3 und MotoGP, als tolle High-Resolution-Videos auf die Disc gepackt. Okay, also Extras sind eigentlich doch auch nur Videos. Na gut. Okay. Um das OPM2 zu eurem Magazin zu machen, zählen wir uns auf eure Mithilfe. Okay. Also entweder mein Hirn hat einen Bug oder zählen wir uns auf eure Mithilfe. Zählen wir auf eure Mithilfe eigentlich, oder? Naja. Okay. Wie auch immer. Wir freuen uns auf eure Anregungen, Kritik, Lob und Fragen zu allen PS2-Themen. Durch euer Feedback nehmt ihr Einfluss auf die Gestaltung des Magazins. Also los geht's. Entweder per Mail über www.opm2.de oder Brief oder Fax an die Adresse auf Seite 9. Jetzt aber viel Spaß mit der Startausgabe des OPM2. Let's rock! Christian Blendl, Chefredakteur. Hier möchte ich mich mal ganz kurz anschließen. Wir freuen uns auf eure Anregungen, Kritik, Lob und Fragen. Das würde ich einfach mal aufgreifen. Gleiches gilt für mich und dieses neue Format. Gerne Anregungen, Kritik, Lob, Fragen in die Kommentare. Das Format wächst im besten Fall mit euch zusammen. Und das ist die erste Ausgabe. Das ist für mich jetzt auch alles relativ neu. Ich muss erstmal einen Flow für die ganze Geschichte entwickeln und gucken, wie ich das gestalte. Deswegen lasst gerne hören, wenn ihr Anregungen und Co. habt. Alright. Was haben wir noch? Game des Monats ist NHL 2001, Movie des Monats ist Stuart Little und Hightech des Monats 30 Fragen zur PS2. Okay. Dann würde ich sagen, soviel zum Überblick der Demos bzw. dem Inhalt der Demo-Disc und dem Editorial. Okay, weiter geht's mit dem Navigator, wahrscheinlich aka dem Inhaltsverzeichnis, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So sieht es zumindest aus. Okay. Ich denke, hier werde ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Wir werden es ja dann einfach erleben, wenn wir uns, wenn wir das Magazin durchblättern. Gran Turismo 3 auf alle Fälle hervorgehoben, Ready to Rumble 2, Fieber 2001, da haben wir Lost World Jurassic Park und das PS2-Lexikon. 30 Fragen verständlich beantwortet. Genau, das hatten wir auf der Vorseite auch schon mal gesehen. Genau. Also, wie gesagt, ich würde sagen, das schauen wir uns dann einfach mal an, was denn da so auf den nächsten Seiten passiert. Da haben wir nochmal Informationen zur Demo-Disc. Zur Premiere mit 8 heißen PS2-Demos, exklusiv die erste OPM2-Demo-Disc. Da sehen wir nochmal spielbar, was drauf ist. Er lebt mit International Superstar Soccer die unübertroffene Atmosphäre von Fußballmarke PS2. In Wide Wide Racing rast ihr mit getunten Offroad-Flitzern über die Piste und einem Stunt-Parcours. Wer schnelle Autos liebt, kommt am genialen Gran Turismo extra nicht vorbei. Aber auch die anderen Videos sind ein Augenweide. Legt die OPM2-Demo-Disc ein und erlebt hautnah PS2-Power. Demo-Disc defekt. Okay, da könnte man sich nochmal eine neue ordern. Ich denke aber auch das könnte heutzutage etwas schwer werden. Da haben wir nochmal Steuerung erklärt. Okay. Wide Wide Racing. Spielbar. Mit Wide Wide Racing hat Ubisoft ein heißes Eisen im Feuer. Testet selbst, wie heiß. Auf der staubigen Strecke von Indien sind eure Offroad-Fähigkeiten gefragt. Wer hier mit dem Bleifuß durch die Pampa heizt, sieht höchstens die Schlusslichter der knallharten Konkurrenz. Geschickte Kurventechnik ist angesagt. Zur Auswahl stehen euch gleich drei getunte Flitzer, mit denen ihr den Dreck aufwirbelt. Wer von euch glaubt, sein Fahrzeug blind zu beherrschen, kann zusätzlich im Stunt-Modus testen, wie gut er wirklich ist. Eine falsche Bewegung bedeutet hier euer Aus, seid ihr gut genug für die Herausforderung. Übrigens halten wir für euch in dieser Ausgabe auf Seite 76 schon den Test bereit. Na bitte, die gegnerischen Fahrzeuge sind an euch vorbeigezogen. Könnt ihr sie noch einholen. International Superstar Soccer spielt Konamis Erstklassigen gegen PS2 Fußballspielprobe. Der Klassiker Deutschland gegen England wartet auf euch. Willkommen im OPM2 Stadion. Heute präsentieren wir in Zusammenarbeit mit Konami ein Fußballklassiker, England gegen Deutschland. Ausnahmsweise spielt ihr in unserer exklusiven PS2 Demo nicht mit dem Team von Rudi Völler, sondern steckt in den Trikots der kampfstarken Briten. Umgekehrt wäre das Gewinnen auch viel zu einfach. Und wenn ihr verliert, könnt ihr es immer noch auf den Mann in schwarz schieben. Schiedensrichter Heinz Müller kommt nämlich wie eure Gegner aus Deutschland. Bereits in unserer Demo-Version dürft ihr die Spielgeschwindigkeit in 10 Stufen einstellen, sowie die Perspektive präzise auf eure Bedürfnisse anpassen. Was die Vollversion noch alles für euch bereithält und ob ISS besser als Fieber 2001 ist, lest ihr in unserem OPM2 Test in dieser Ausgabe ab Seite 84. Aber jetzt viel Spaß. Beim Spielen, was haben wir hier noch? OPM2 Tipps? Kein überhasteter Abschluss? Okay, alles klar. Das bezieht sich auf die Demo. Gut, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja sonst auch das Video hier pausieren und könnt es selbst noch nachlesen, wenn es euch interessiert. Extras. Aus Termingründen findet ihr ausnahmsweise nur zwei spielbare Demos auf der Disc. Als kleine Entschädigung bieten wir euch die Rubrik Extras. Zwei Top-Hits als Film. Hm. Okay, was jetzt auch immer der Unterschied zwischen Videos und dann diesem Film ist. Aber wie gesagt, ich denke, das werden wir uns angucken. Die lang erwartete Fortsetzung der legendären Gran Turismo-Reihe steht bevor. Ursprünglich unter dem Namen GT2000 angekündigt, ist aus dem geplanten PlayStation 2 Update ein eigenständiger Teil für Sonys neue Konsole geworden. Um euch die Wartezeit zu versüßen, präsentieren wir euch jetzt schon mal das ultra-geniale Video, das euch einen Einblick in die erstklassige Qualität des zukünftigen Sterns am Rennspiel-Himmel gibt. Gran Turismo 3 bietet puren Realismus. Nie zuvor wurden Autofahren authentischer simuliert und erst die Grafik. Mehr als einmal werdet ihr euch fragen, ob das wirklich ein Spiel ist, was ihr da seht. Klingt übertrieben. Nun, die Wahrheit ist nur ein paar Handgriffe entfernt. Worauf wartet ihr noch? OPM 2 Demo-Disc einlegen und staunen. Ich glaube irgendwie, weiß nicht, in dem Magazin mit den Demos habe ich meistens eigentlich immer erst auch die Demo tatsächlich ausgecheckt, bevor ich das Magazin mir irgendwie vorgenommen habe. Noch fahren die Autos in einer Schlange, doch in wenigen Sekunden ist auf der Piste die Hölle los. Das, was ihr hier seht, ist die Power eurer PS2. Heiße Boliden haben noch nie echter ausgesehen. Es ist so abgefahren. Wenn man sich jetzt so die Bilder anguckt, dann sieht man dem Ganzen natürlich schon das Alter an. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich weiß, man hat halt irgendwie mit jedem Konsolensprung damals die Grafik irgendwie schon fast immer als fotorealistisch wahrgenommen, bis dann die nächste Generation rauskam und es besser gemacht hat. Sehr abgefahren. Aber zu seiner Zeit war das hier der Shit, grafisch. Ja, Gran Turismo war jetzt auch nie mein Genre, aber ich kenne einige Leute, die das gesuchtet haben ohne Ende. War mir wesentlich zu komplex. Bin ich viel zu wenig Autofreak, als dass das was für mich gewesen wäre. Ich frage mich nur, was aus Gran Turismo geworden ist, oder? Irgendwie ist es komisch. Wie war das denn? Gran Turismo 4 kam auf der Playstation 4 raus, aber auch wurde auch zigmal verschoben. Und es gab doch vorher noch so ein Prolog. Und keine Ahnung, was ist jetzt mit Gran Turismo geworden? Was ist mit dem Stern des Rennspielhimmels? Was ist da passiert? Mittlerweile hat Forza 100.000 Teile rausgehauen. Sieht wunderschön aus. Und keine Ahnung, ist glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Rennspiel. Was ist da alles mit Gran Turismo los? Naja. Okay, was haben wir noch? MotoGP. Die begrenzte Hardwareleistung der alten Playstation machte es leider unmöglich, ein Motorradrennspiel optisch so darzustellen, dass ihr euch wie auf einer richtigen Rennstrecke fühlen konntet. Nur sind teure Arcade-Automaten konnten euch das bieten, was ihr euch schon immer für zu Hause gewünscht habt. Doch mit der Power der Playstation 2 ändert sich das alles. Und zwar schon jetzt. Verbessertes Fahrgefühl und eine Optik, die nur von der Realität übertroffen wird. Zum ersten Mal erlebt ihr ein echtes Zweiradspektakel auf eurem Fernseher. Hier haben schnelle Maschinen besser ausgesehen. Zieht euch unser MotoGP extra rein und lasst euch wegpusten von dem besten Motorradrennspiel, das ihr bis dato erleben durftet. Den Test zu MotoGP findet ihr in diesem OPM 2. Wenn man die Maschinen so entlangheizend sieht, hat man große Lust selbst mitzufahren. Egal in welcher Perspektive ihr die rasante Fahrt erlebt, es ist immer ein Augenschmaus. Sehr schön. Videos. Haben wir EA Sports. Wahrscheinlich ein Video, wo verschiedene Sporttitel vorgestellt werden, könnte ich mir vorstellen. Wenn jemand für gute Sportspiele bekannt ist, dann ist das EA Sports und natürlich entwickeln sie auch für eure Playstation 2. EA Sports, jahrelange Erfahrung gepaart mit der Leistungsfähigkeit der PS2, bringen euch die populärsten Sportarten so authentisch nach Hause wie noch nie zuvor. Unser Video zeigt aktuelle und kommende Sporthighlights von EA für zu Hause. FIFA 2001, NHL 2001, Madden NFL 2001, Box Champions 2001, Tiger Woods Golf und F1 Championship Season 2001. Nicht nur FIFA 2001 sieht umwerfend aus, auch die anderen Sporthighlights können überzeugen. Tekken Tech Tournament, wie gesagt, das war mein erstes Spiel für die Playstation 2. Tekken Fan war ich auch schon auf der Playstation 1. Namenkurs Tekken Serie gehört zu den erfolgreichsten Prügelspielen der Welt. Auf der PS1 ist sie die unangefochtene Nummer 1 unter den Beat'em Ups. Nun machten sie sich daran, auf der Playstation 2 ihren Thron zu errichten. Mit Tekken Tech Tournament kommt kein gewöhnlicher Prügel auf eure Konsole. Statt traditionell Mann gegen Mann kämpft ihr hier im Tech-Team-Modus. Ihr wählt zwei Kämpfe aus und tretet ebenfalls gegen ein wahrhaftes Duo an. Ein Pflichtkauf für Freunde des Beat'em Ups Genres. Auch in Abendkleid ist Anna eine wandelnde Waffe. Das bekommt Genryu gerade zu spüren. Ready to Rumble Boxing Round 2. Mit Ready to Rumble Boxing Round 2 präsentiert euch Konami, das humorvollste Boxspiel aller Zeiten. Ich glaube wirklich, das ist der Dreamcast-Titel, was ich eingangs schon meinte. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Das Spiel verbindet alle Vorzüge des Faustkampfs mit cartoonhaften Charakteren. Entwickler Midway hat sogar zwei echte Boxer eingebaut, obwohl sind The King of Pop Michael Jackson und Shaquille und Neil wirklich Boxer. Egal, Hauptsache sie stecken im Spiel und dürft sie vermöbeln. Optische Highlights sind zahlreich, wovon ihr euch in unserem ausführlichen Video überzeugen könnt. Okay, Michael Jackson, was zur Hölle. Der abgefahrene Afro-Thunder teilt so richtig aus. R2-R2 macht einfach einen Riesenspaß. Also wenn das die Demo ist, die ich in Erinnerung habe, dann hat das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schauen wir uns dann auf alle Fälle auf der Demo-Disk an. Dead or Alive 2 Hardcore. Ja, Dead or Alive, auch immer so ein Kampfspiel gewesen. Irgendwie Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Dead or Alive. Und, ach Gott, wie hieß das andere noch? Es gab noch ein anderes früher, was auch noch recht groß war. Kommt gerade nicht auf den Namen. Jedenfalls Dead or Alive war auch immer sehr großartig. Aber irgendwie, mich hat es immer etwas mehr zu Tekken hingerissen. Wobei Dead or Alive schon ziemlich cool war. Gerade mit diesen Stages, wo man dann irgendwie noch sich von Ebene zu Ebene prügeln konnte. Und dann natürlich das Kostüm freispielen für die weiblichen Kämpferinnen. Ja, 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 definitiv. War, war, war nicht schlecht. Zu Dead or Alive bin ich irgendwie erst später gekommen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich erst die Pubertät kickte. Keine Ahnung. Der Speed im Up-Highlight. Dead or Alive 2. Erschien bereits vor Monaten für die japanische Playstation 2. Für den westlichen Markt wurde das Spiel noch einmal gründlich überarbeitet. Und noch besser gemacht. Na bitte. Es erwarten nämlich mehr Kämpfer, bessere Grafik, genial animierte Figuren und eine kaum zu überbietende Spielbarkeit. Dead or Alive 2 Hardcore ist das einzige Prügelspiel, das auf eurer Playstation 2 TTT den Thron streitig machen könnte. Also Tekken-Tek-Tournament gehe ich jetzt mal davon aus. Zieht euch das Video rein und überzeugt euch selbst. Was ist besser? Gleiches Recht für alle. Auch Frauen werden hier von ihren weiblichen Kollegen nicht geschont. Alright, das war's mit den Dämonen halt, wie's aussieht. Games News. Alles Wissenswerte aus der Welt der Playstation 2-Spiele. Brandaktuelle Infos und heiße Bilder frisch von den Entwicklern. Lest ihr OPM 2 und ihr seid bestens informiert. Na dann, schauen wir mal, was die News von vor 20 Jahren gesagt haben. Zombies im Lichtspielhaus. Capcom zeigt computeranimierten Kinofilm. Square arbeitet seit Monaten an dem monumentalen CGI-Film Final Fantasy The Movie. Da lässt sich der japanische Konkurrent Capcom nicht lumpen. Auf dem Tokyo International Fantastic Film Festival präsentierte man einen 30-minütigen Resident Evil Kurzfilm, der in japanischen Kinos in Verbindung mit Hydraulikstühlen gezeigt werden sollte. Vergleichbar mit dem Terminator Ride in den Universal Studios Florida. Wer es nicht kennt, abhängig von der Action auf dem Bildschirm rüttelt der Stuhl des Zuschauers heftig durch. Biohazard 4D Executor ist komplett computeranimiert und zeigt beeindruckende Kreaturen. Durchaus denkbar, dass der beeindruckende Kurzfilm auch im ersten Resident Evil Playstation 2 Spiel Verwendung findet. Und Resident Evil Level 4, so der vorläufige Titel des ersten PS2-Zombie-Horrors, wird frühestens Ende 2001 erscheinen. Ob so ähnlich auch der PS2-Auftritt von Tyrant, Nemesis und Co. aussehen wird. Ist ganz spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was der erste Resident Evil Teil für die Playstation 2 überhaupt war. Was ist denn mit, also Resident Evil, gab es Resident Evil 3, Nemesis zu der Zeit schon? Ich habe Resident Evil 3, nee klar, das gab es ja schon auf der Playstation 1. Natürlich, das gab es schon auf der Playstation 1. Hm. Dann kann es ja eigentlich nur Teil 4 gewesen sein. Wie war das denn? Aber 4 war doch erst eine Exklusive für die Gamecube, glaube ich, oder? Und dann kam es irgendwie später raus für die Wii und dann irgendwann auch relativ spät für die Playstation 2. Meine ich mich zu erinnern, aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß auf alle Fälle, dass es einen Resident Evil-Ableger in Japan gab, der hat es hier nie hergeschafft. Es war ein Online-Spiel. Es war ein Playstation 2 Online-Spiel, dann ist man irgendwie zu viert irgendwie in irgendwelchen, keine Ahnung, Laborkomplexen rumgerannt und musste irgendwelche Sachen erledigen. Während irgendwie, keine Ahnung, Tyrant oder wer auch immer das war, rumgerannt ist und versucht hat, einen zu killen. Irgendwie so. Ich habe irgendwann mal durch Zufall einen Speedrun davon auf Twitch gesehen. Hm. Kein Plan. Naja. Gut. Auf alle Fälle ganz spannend. Jedenfalls Resident Evil Level 4 gibt es so gesehen nicht. Aber vielleicht steht das Level 4 tatsächlich für den vierten Ableger und dann war es halt nur noch Resident Evil 4. Kann sein. Keine Ahnung. Ansonsten, CGI war gerade so damals zur Zeit der Playstation 2, aber auch eigentlich schon der Playstation 1 war das immer der Wahnsinn. Diese Cutscenes, keine Ahnung, gerade bei Final Fantasy Square, deswegen hier steht ja auch gerade, also Square haben sie ja auch extra erwähnt. Square war da immer ganz, ganz weit vorne mit dabei, fand ich. Mit diesen gerenderten Zwischensequenzen. War echt immer ein absolutes Highlight. Heutzutage irgendwie nicht mehr so, finde ich. Teilweise finde ich, ähm, sind Spiele, also Gameplay selbst, sieht mittlerweile teilweise besser aus als gerenderte Sequenzen. Je nachdem, welche Auflösung das dann irgendwie immer angeboten wird. Aber gut. So, was haben wir hier auf der ECTS-Spielemesse im September? Haben wir bereits die PC-Version Probe gespielt? Jetzt hat PSY erste Bilder der Playstation 2-Fassung veröffentlicht. Action in ferner Zukunft. Titanium Angels. Tomb Raider in der Zukunft. Okay, habe ich noch nie davon gehört. Nicht jede weibliche Heldin heißt Lara Croft. Scheitert als Kopfgeldjägerin Carmen Blake. Carmen Blake, okay, das klingt irgendwie wie eine Erwachsenen-Schauspielerin. Ihr wisst schon eure Zielperson LGR Fury aus, mit modernsten Waffensystemen. Okay. Sales Curve Interactive, in Klammern PSY, arbeitet an einem vielversprechenden 3D-Action-Adventure, das auf den ersten Blick Ähnlichkeiten zur Tomb Raider-Serie erkennen lässt. So steuert ihr eine gut gebaute Heldin aus der von hinten Perspektive. Okay. Eine gut gebaute Heldin aus der von hinten Perspektive, alles klar. Durch eine 3D-Umgebung erklimmt mit sportlichem Geschick höhere gelegene Ebenen und habt mit euren Widersachen alle Hände voll zu tun. Allerdings spielt Titanium Angels in der Zukunft. So hat Heldin Carmen Blake, ihre Eidos-Kollegin Lara Croft, schon mal das moderne Handwerkszeug voraus. Außerdem ist die Steuerung im Gegensatz zu Tomb Raider direkt. Das heißt, lenkt ihr nach links, läuft Carmen auch sofort nach links. Langwierige Drehbewegungen sind nicht notwendig. Stimmt, bei den ersten Tomb Raider-Games hat man sich immer nur in die Richtung gedreht. Und wenn man dann nach vorne gedrückt hat, ist sie gelaufen. Krass. Okay, das ist tatsächlich nicht mehr sehr... Das wäre nicht gut gealtert, wenn man es heute nochmal rauskramt. Im Laufe des Spiels kontrolliert ihr mit Titan einen weiteren Charakter. Beide Personen entwickeln sich in ihren Fähigkeiten weiter. Der Action-Part in Titanium Angels umfasst sowohl Schussgefechte als auch Prügel-Duelle. Auch ein Sniper-Mode für zielgenaues Ausschalten feindlicher Stellungen wurde nicht vergessen. Cypher spricht zudem eine Hollywood-reife Story. Na bitte. Irgendwie erinnert es mich hier auch an das fünfte Element, aber keine Ahnung. Okay, erscheinen sollte das Ganze im dritten Quartal 2001 fertig zu 60%. Fazit 3D-Abenteuer, das die Mängel von Tomb Raider vermeidet. Also, keine Ahnung. Nie gespielt, niemals davon gehört. Aber I don't know. Vielleicht war es ganz gut zu seiner Zeit. Kann schon sein. Age of Empires 2, die Age of Kings. Echtzeit-Strategie im Mittelalter. Okay, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt sehr. Hätte nicht damit gerechnet, dass Microsoft zu der Zeit einen Ableger dafür für die Playstation 2 war. Ein Strategiespiel auf Konsolen. Ich meine, ist ja auch heute noch immer nicht so wirklich ein Ding. Aber war es halt damals auch schon nicht, finde ich. Ich meine, lässt sich auch schwer steuern irgendwie. Gerade bei solchen runden Strategiespielen irgendwie ist Maus und Tastatur ja auch von Vorteil. Wobei, ich glaube, man konnte auch Maus und Tastatur an die Playstation 2 schon anschließen. Aber gut, gucken wir mal, was die News sagen. Konami portiert Age of Empires 2, die Age of Kings, auf die neue Sony-Konsole. Das PC-Original wurde von der Spielabteilung des Software-Riesen Microsoft entwickelt. Heutzutage würde Microsoft sicher keine PS2-Version einer seiner zukräftigsten Spiele erlauben. Ah, schließlich bringt Microsoft Ende 2001 die PS2-Konkurrenz-Konsole Xbox auf den Markt. Doch der Age of Empires 2-Deal liegt schon ein Jahr zurück. Gut für alle Strategie-Fans. Ach krass. In der AEW 2 spielt ihr historische Kriege aus den Jahren 500 bis 1500 nach. Insgesamt 13 Länder samt Anführer stehen zur Wahl. So führt ihr zum Beispiel als William Wallace eure schottische Bauern-Truppe in den Krieg gegen England. Oder kommandiert als Johanna von Orleans die Franzosen. Gegnerintelligenz, Bedienung und Vielfalt der zu kommandierenden Einheiten sind konkurrenzlos gut. Wie das PC-Original werdet ihr auch die PS2-Version übers Internet spielen können, sobald Sony hierzulande die Voraussetzungen geschaffen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob diese Voraussetzungen von Sony jemals geschaffen wurden. Also wie gesagt, du konntest mit der PlayStation 2 ins Internet. Und in Japan war das auf alle Fälle ein Thema. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit der PS2 in Deutschland nicht ging. Ich bin der Meinung, dass die... Also vielleicht über Umwege oder Tricks, aber ich glaube nicht offiziell. Aber ich weiß es nicht genau. Die erste Konsole, mit der ich online war, war die Dreamcast. Und das war fucking, fucking teuer. Also spaßig war das nicht. Aber damit ging es auf alle Fälle. Bei der PlayStation 2? Keine Ahnung. Aktuelle Spiele-News in Kürze. In Kürze, genau. Munch's Odyssey für PS2 gecancelt. Der ambitionierte Genre-Mix wird nicht für die PlayStation 2 veröffentlicht. Und das, obwohl schon seit mehr als einem Jahr an einer PS2-Version des Apes Exodus-Nachfolgers gearbeitet wird. Grund für den Produktionsstopp. Microsoft hat sich die Publishing-Rechte an Munch's Odyssey gesichert. Aha. Und will das Spiel als exklusiven Starttitel für die Xbox anbieten. Alles klar. Die Xbox soll Herbst 2001 weltweit veröffentlicht werden. Auch eine Spieleserie, die leider war es sehr, sehr lange ruhig drum. Hatte, glaube ich, sehr, sehr viele Fans auch. Aber hat ja irgendwie, glaube ich, nochmal ein Remake spendiert bekommen. Und aktuell, wenn ich mich nicht täusche, ist ja auch ein ganz neuer Teil in Entwicklung. John Woo macht Videospiele. Zusammen mit einigen Special-Effekt-Kollegen hat der Star-Regisseur, bekannt aus MI2 und Faceoff, das Unternehmen Digital Rim mit Sitz in Honolulu. Honolulu. Oh Gott. Hawaii, USA gegründet. Digital Rim wird computergenerierte Filme für Kino und TV produzieren und Videospiele für PlayStation 2 und Xbox. Dazu will man mit erfahrenen Spieleentwicklern zusammenarbeiten. Informationen zu ersten Projekten werden aber erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Tomb Raider auf PS2 in Episoden unterteilt. Okay, das überrascht mich jetzt irgendwie auch. Kunden kaufen das Hauptspiel zum normalen Preis, in Klammern 119 DM, und laden weitere Episoden aus dem Internet. Das PS2 Tomb Raider ist wie eine Seifenoper aufgebaut, erläutert eine Chorsprecherin das Konzept. Neue Personen, Levels und Ereignisse werden in regelmäßigen Abständen eingebaut. Frühestens Ende 2001 trifft Lara Croft auf Sonys 128-Bit-Konsole in Erscheinung. Das finde ich irgendwie gerade auch sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur aufgrund wieder dieses Online-Aspekts. Da muss ich mich mal im Nachgang schlau machen. Wie gesagt, ich weiß es echt nicht. Aber auch das mit diesem Episoden-Format. Also gefühlt ist dieses Episoden-Ding ja eigentlich erst in den letzten Jahren so groß geworden. Mit Life is Strange oder, keine Ahnung, was weiß ich nicht, die Walking Dead-Tail-Spiele und so weiter und so fort. Oder mit Final Fantasy, mit dem Remake macht man es ja auch so. Wobei, naja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber dass man damals schon diese Idee hatte, ist schon irgendwie abgefahren. Aber ich glaube, es hat echt von hier bis dann zur eigentlichen Umsetzung, glaube ich, sehr lange gedauert. Also korrigiert mich gerne, wenn es irgendwie schneller der Fall war. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht wirklich an Episoden erinnern. Ich denke, das hier wird wahrscheinlich vor allem aufgrund der Internet-Thematik gescheitert sein. Selbst wenn die Playstation 2 damals irgendwie eine Anbindung gehabt hätte, hier in Deutschland und Europa, ist es ja auch immer noch eine Sache mit Internet-Geschwindigkeit und so. Ich meine, das ist ja heute noch ein Problem. Wahnsinn, eigentlich absoluter Wahnsinn. Naja. Okay, was haben wir hier noch? Die Welt ist nicht genug. Spannende Bond-Action. Ich habe nur ein einziges James-Bond-Spiel gespielt. Und das, keine Ahnung, Stunde für Stunde. Das war GoldenEye auf dem N64. Zu anderen Spielen kann ich nichts sagen. Ich weiß auch nicht, ob jemals nochmal so eins so groß wurde, wie das bei GoldenEye der Fall war. Aber gut, schauen wir mal. Mit Verspätung, aber grandiose Optik bringt EA Games das neueste Bond-Abenteuer auf die Playstation 2. Euer Name ist Bond, James Bond. Ausgerüstet mit über 40 Waffen, vielen Gimmicks aus Q's Labor und natürlich der Lizenz zum Töten. Schlüpft in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt. In mehr als 10 auf der Filmvorlage basierenden Missionen sind geschickt, zielgenaue Kalt und ein kühler Kopf gefragt. Heiße Verfolgungsjagden in den Straßen von Istanbul, halsbrecherische Skifahrten in den Bergen des Kaukasus und eine wilde Schießerei an Bord eines russischen U-Boots verlangen euch alles ab. Seid ihr der Herausforderung gewachsen, Krönung des Ganzen, via Multitap liefert ihr euch heiße Mehrspieler-Deathmatches bei vierfach geteiltem Bildschirm. Keine Ahnung, was Multitap ist. Ich dachte, es wäre ein Adapter sein, oder? Um vier Controllern. Stimmt, genau. N64 hatte vier Controllerslots. Playstation 2 hatte ja nur zwei. Ich überlege gerade, hat irgendeine andere Konsole noch mal vier gehabt, außer das N64? Die Gamecube. Die Gamecube. Danach wurde ja langsam alles remote. Auf Basis der Spielmechanik eines indizierten PC-Spiels bauten die EA-Grafiker die echten Drehorte so authentisch wie möglich nach. Auf Basis der Spielmechanik eines indizierten PC-Spiels? Tja, was war denn damals zu der Zeit indiziert? Doom? Quake? Wolfenstein? Ich meine, ich glaube, man liegt mit allen drei Titeln nicht falsch. Keine Ahnung. Interessant auf alle Fälle. Okay, authentisch wie möglich nach. Die moderne Technologie ermöglicht eine authentische Darstellung, gewölbte Oberflächentexturen mit vielen Details, volumniösen Nebel und spektakulären Lichteffekten. Hm. Quake 3, oder? War Quake 3 auf dem Index? Kann sein. Also irgendwie so diese technischen Sachen, sage ich mal, würde ich jetzt eher Quake 3 zuordnen, aber keine Ahnung. Naja, nur noch wenige Monate müsst ihr euch gedulden. Dann erobert ihr als virtuelle Geheimagent die Herzen von Denise Richards und Sophie Marceau. Denise Richards. Die war mal mit Charlie Jean zusammen. Ich meine, wer war, glaube ich, nicht mit Charlie Jean zusammen. Aber Denise Richards, daher kenne ich die, glaube ich. Und die ist, ja, gute Wahl. Okay. Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Unser Polygon Bond macht eine glänzende Figur. Fazit, Ego-Shooter und Renn-Action in einem EA-Spond-Abenteuer für PS2. Sky Odyssey. Tollkühne Männer in fliegenden Kisten. Von Sony kommt der erste Flugsimulator für die Playstation 2. In Sky Odyssey steigt ihr ins Cockpit zehn unterschiedlicher Flugzeuge. Vom klapprigen Doppeldecker bis hin zum modernen Jet. Sky Odyssey ist allerdings kein Action-Spiel. Statt Feuergefechten stehen Transport- und Kunstflüge auf euren Stundenplan. Fünf unterschiedliche Spielmodi sollen für Langzeitmotivation sorgen. Bisher hat Sony nur eine frühe Version und wenige Bilder veröffentlicht. Hier sieht Sky Odyssey eher durchschnittlich aus. Doch bis zur Veröffentlichung haben die Entwickler ja noch viel Zeit für Verbesserungen. Erscheinen soll Sonys Flugsim Anfang nächsten Jahres. Okay, habe ich auch noch nie gehört davon. Grafisch macht Sky Odyssey in der Vorversion einen durchschnittlichen Eindruck. Jetzt habe ich es. Dropship. Packende Action am Boden und in der Luft. Sony kombiniert in Dropship heiße Baller-Action mit einer Prise Strategie. Ihr übernehmt die Rolle eines unerfahrenen Piloten, der verschiedene Dropships fliegen muss. Jedes dieser Schiffe ist schwer bewaffnet und beherrscht verschiedene Flugmodi. Die drei Spielarten Space to Ground, Realtime Strategy und Flight Sim Combat versprechen viel Abwechslung. Genauso unterhaltsam sind eure Missionen. So müsst ihr zum Beispiel in die Stratosphäre eines Planeten eintauchen und eure Truppen sicher auf der Oberfläche absetzen. Zusätzlich platziert der Artillerie sowie Fahrzeuge an strategisch wichtigen Positionen und unterstützt das Fußvolk in der tobenden Schlacht. Viele Filmszenen zwischen den Missionen sollen für dichte Atmosphäre sorgen. Entwickelt wird Dropship übrigens bei Sony England. Wir freuen uns schon auf eine spielbare Version. Mit hypermodernen Fluggerät macht ihr den Luftraum unsicher und bekämpft den Feind. Praktisch ein Radar im Zentrum des Bildes hilft bei der Orientierung im Gefecht. Vielversprechende Action-Strategie-Mix mit sehenswerter Grafik. MDK2 Armageddon. Dr. Hawkins und seine Kollegen sind zurück. Habe ich nur irgendwann mal, kann auch der erste gewesen sein, weiß ich nicht ganz genau, eine Demo auf dem PC gespielt, glaube ich. Und fand ich sehr gut und ich glaube, das Spiel ist auch damals sehr erfolgreich gewesen. Ich weiß noch nie, warum ich es nie nachgeholt habe oder damals gespielt habe. Und für was stammt denn nur MDK? Es hat irgendwie irgendwas... Massive Destruction? Keine Ahnung, irgend sowas, glaube ich. Kein Plan. Mal gucken, vielleicht steht es noch da. Interplays PC und Dreamcast Hit erscheint im Januar 2001 auch für die Playstation 2. Fette Zwischengegner machen euch das Leben schwer, doch Kampfhund Max lässt sich auch von Riesenrobotern nicht am Weiterkommen hindern. Beim Nachfolger von MDK, PC und Playstation... PC und Playstation, okay, hier stand PC und Dreamcast, interessant. Stürzt ihr euch wieder in die verrückte Welt des durchgeknallten und unfassbaren. Als Kurt Hectic, Roboter und Max oder Dr. Hawkins schießt ihr euch durch komplexe Levels. Es gibt mehr Gegner, mehr Waffen, mehr Gegenstände und verbesserte Charaktermodelle. Im Gegensatz zur extrem schweren Dreamcast-Version bietet die PS2-Fassung einen variablen Schwierigkeitsgrad. Da Entwickler Digital Mayhem für die PS2-Version eine neue Grafik-Engine entwickelt hat, erscheint MDK 2 Armageddon nun doch erst Januar 2001. Als Bonus spielen PS2-Fans übrigens zwei exklusive Zusatzlevels. Fazit, schräg und spaßige Action-Adventure voller coole Ideen. Also ich glaube, das muss ich echt mal nachholen. Und ich, wie gesagt, habe da echt viel Positives immer wahrgenommen von dem Game. Mussten wir mal gucken, ob man das irgendwo mal auskramen kann. Drakan, Fantasy-Abenteuer mit dichter Story. Sony schickt euch in ein verblüffend umfassendes Fantasy-Reich voller Geheimnisse. Also schnappt euer Schwert, legt die Rüstung an und wagt euch in die gefährliche Welt von Drakan. Ihr übernehmt die Rolle von Rin, einer knallharten Kriegerin. An ihrer Seite kämpft der edle Drache Arok. Gemeinsam müsst ihr die Welt aus den Händen der bösen Mächte befreien. In dieser Schlacht gilt es, so manchen Nahkampf zu bestehen, komplizierte Rätsel zu lösen und in der Luft gegen Drachen zu kämpfen. Darüber hinaus gibt es wilde Schießereien, reichlich Magie und Zauberei. Außerdem muss Rin mit anderen Figuren interagieren und den eigenen Charakter weiterentwickeln. Er erforscht eine vollständig real wirkende Umgebung, in der Rin gegen ihre Gegner kämpft oder in der sie beispielsweise einen 3D-Flug auf dem Rücken von Arok durch die Lüfte über den acht fantastischen Ländern trägt. Freut euch auf interaktive Figuren mit individueller Persönlichkeit und perfekter Mimik. Ihr taucht im Verlauf der originellen, vielfach verwobenen Geschichte immer tiefer in die zauberhafte Fantasy-Welt von Drachen ein. Auf dem PC ist Drachen vor kurzem mit ansprechenden Wertungen belohnt worden. Wenn sich die Entwickler auch bei der PS2-Version anstrengen, erwartet euch ein faszinierendes 3D-Abenteuer. Fazit Fantasy-Fans dürfen sich freuen, Action-Adventure mit viel Magie. Krass, kommt mir auch nur bedingt bekannt vor. Hoch über den Dächern von Drachen genießt ihr die sehenswerte 3D-Umgebung. Viel Wert legen die Entwickler auf die Ausarbeitung der Gegnerschar. Auch am Boden engagiert ihr Freunde aus der Tierwelt zur schnelleren Fortbewegung. Alright, vielleicht mal auch ein interessanter Titel, den man mal nachrecherchieren könnte, ob das Game wirklich was getaugt hat. Was haben wir hier? Hot Stuff für dein Nokia oder Saga im Handy. Sagem, keine Ahnung. Coole Logos. Coole Logos? Ja, coole Logos und aktuelle Klingeltöne per SMS. Okay, also was haben wir hier so? Killer, ein Hund, Aliens, noch ein Hund. CIA, Schneemänner, Horror. Boah, okay, wahrscheinlich für nicht wenig Geld. Also, ich denke mal, die Nummer gibt's eh. Ich glaube, die Service-Nummer gibt's eh nicht mehr, die 990er. Deswegen versucht's erst gar nicht. Noch ein Formel 1 Spiel für die PS2. F1 World GP 2000. Auch Konami mischt im dicht gedrängten Feld der F1-Simulation kräftig mit. Wird Shumi auch hier Weltmeister. Neben Ubisoft F1 Racing Championship, 24. November, EA Sports. Okay, ich bahne mir jetzt mal, es ist ein Titel, die die entwickelt haben und die dann irgendwann rausgekommen sind. Und Sony befindet sich ein viertes, vielversprechendes Formel 1 Spiel für die neue Sony-Konsole in der Entwicklung. F1 World Grand Prix 2000 wird vom englischen Rennspiel-Spezialisten Eutechnics, denke ich. Die haben die 24 Stunden von Le Mans und Need for Speed Porsche entwickelt, programmiert und von Konami in Deutschland vertrieben. Herausragende Features sind 30 Tuning-Optionen, realistische Wettereffekte und ein Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich denke mal, damit meinen sie wahrscheinlich Frames oder so, ne? Und Details. Dank offizieller F4-Lizenz stecken alle Fahrer und Teams der abgelaufenen 2000er-Saison im Spiel. Ob auch auf der PS2 ein roter Ferrari gewinnt, erscheinen soll F1 World Grand Prix 2000 bereits im Januar 2001, rechnet mit einem OPM2-Test in der nächsten Ausgabe. Unsere Bilder stammen übrigens von der PC-Version auf der PS2, wird das Spiel aber laut den Worten eines Eutechnics, ähm, Eutechnics, wie auch immer, Verantwortlichen identisch aussehen. Noch ein F1-Renner, viele Features machen Lust auf das fertige Spiel. Die Karawane zieht weiter, aber streng auf Ideallinie. Achtung, Clark-Kurve voraus. Basta Move, Dance Summit 2001, lasst uns tanzen mit der PS2. Ein weiteres Musikspiel erscheint im November im Japan und im nächsten Jahr auch bei uns. Basta Move, Dance Summit 2001 setzt die populäre Basta Move-Reihe, bei uns Basta Groove, fort. Das Besondere an der PS2-Fassung ist der separat erhältliche Spezialkontroller. Mit diesem betätigt ihr zwei Tasten durch Handbewegungen. So tanzen, äh, so tanzen also nicht nur eure virtuellen Helden auf dem Bildschirm. Dank Multitap-Unterstützung dürfen vier Spieler gleichzeitig ran und so den Backstreet Boys Konkurrenz in Synchrontanzen machen. Danach schaut ihr euch die Darbietungen der Wiederholung aus unterschiedlichen Kameraperspektiven an. 2001 erscheint Basta Move, Dance Summit 2001 auch in Deutschland. Ob mit oder ohne Spezialkontroller, wird sich zeigen. Nein, ihr müsst euch nicht derart bescheuert verkleiden, um Basta Move 4 spielen zu dürfen. Fazit, witziges Tanzspiel mit Spezialkontrollern zum selber tanzen. Auch interessant, ähm, ich muss zugeben, ich habe auch bei der PlayStation 2 gar nicht irgendwie groß Spezialzubehör, irgendwie gerade sowas hier, überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich kannte da den Controller und, äh, wie gesagt, ich wusste noch, dass man Maus und Tastatur anschließen kann. Und ich glaube, es gab mal irgendwie noch eine extra Festplatte oder sowas, oder? Auf der PlayStation 2 konnte man ja, ähm, ein echtes Linux drauflaufen lassen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, hat man das auf einer separaten Festplatte installiert? Ich glaube schon, keine Ahnung. Aber ansonsten, wie gesagt, kenne ich mich eigentlich mit Peripherie für die PlayStation 2 so gar nicht aus. Wahrgenommen habe ich das dann eher, weiß ich nicht, beim N64 mit diesen Donkey Kong-Trommeln, die fallen mir gerade ein. Naja, und dann bei der Wii war es ja dann, da gab es ja dann schon einiges. Und ich meine, klar, hier und da gab es mal so eine Lightgun, ne? Fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Naja. Okay, kenne ich jedenfalls nicht. Das hier erinnert etwas an diesen Handschuh vom NES noch. Okay, was haben wir hier? Winback, spannende PlayStation 2-Agenten-Action im Tiefgang. In Kowais, Kowais, Granado-Atmosphärischen Agenten-Thriller Winback, müsst ihr mal wieder die Welt retten. Kowai setzt ein gelungenes N64-Spiel Winback für die PlayStation 2 um. Obwohl wir uns kein grafisches PS2-Highlight, siehe Bilder, versprechen, hoffen wir doch auf ähnlich motivierende Baller-Action mit perfekter Steuerung wie auf dem N64. Ihr rennt nämlich nicht in Rambo-Manier durch die Levels, sondern schleicht ähnlich wie in Metal Gear Solid taktisch geschickt durch das Versteck einer Terroristengruppe. Ständig seid ihr auf der Suche nach Kisten oder Ecken, die euch Deckung bieten. Gelegentliche Zwischengegner bringen Abwechslung ins Spiel. Die statischen Filmsequenzen der N64-Fassung werden für die PS2 unter anderem mit passender Sprachausgabe deutlich aufgebohrt. Exklusiv als harter Spezialagent habt ihr kein Erbar mit fiesen Terroristen. Party-Spaß gleich zu viel dürft ihr bei Winback um die Wette ballern. Taktisch fordernde Terroristen hat's mit grafischen Mängeln. Okay, hab ich auch noch nie gehört. Surfing H3O. Also, apropos, hab ich auch noch nie gehört. Extreme. Wellenreiten wie ein Weltmeister. Mit Take-Two's Surfing H3O wird euer Dualshock 2-Analog-Controller Flux zum Surfbrett. Was zur Hölle? Es gibt wohl keine Sportart auf der Welt, die es nicht mindestens zu einem Videospiel gebracht hat. Da darf Surfen natürlich nicht fehlen. Take-Two präsentiert euch für die PS2 Surfing H3O, ursprünglich unter dem Namen Surfroid in Japan erschienen. Im Gegensatz zur Originalversion gibt es keine lächerliche Hintergrundgeschichte mehr. Und auch keine außerirdischen Surfer. Was? Okay, aber das klingt für mich nach dem Highlight. Warum gibt's das nicht mehr? Die interessantesten zwei Dinge an dem Spiel sind aber geblieben. Die realistischen Wasserbedingungen und die coole Steuerung. Um eure Wellenreite perfekt zu kontrollieren, benötigt ihr ein Mini-Surfbrett, siehe Bild. Dieses wird ganz einfach mit zwei Saugnöpfen auf den beiden Analog-Joysticks eures Controllers befestigt. Und schon kann es losgehen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit kommt ihr mit der ungewöhnlichen Steuerung erstaunlich gut zurecht. Was aber nicht über die weitgehend mäßige Grafik hinwegtäuschen kann. Surffans sollten den Titel trotzdem im Auge behalten. Im nächsten OPM 2 folgt der Test. In den Nahaufnahmen erkennt ihr sogar das Tattoo auf dem Rücken des Surfers. Dank originellem Controlleraufsatz interessantes Surfspiel. Was zur Hölle. Ich muss ganz ehrlich sagen, darauf habe ich gerade richtig Bock. Ich kann es mir irgendwie verdammt gut vorstellen. Oh mein Gott, da muss man ja fast mal gucken, ob man das noch auftreiben kann. Das klingt super spaßig. Nur schade, dass die Außerirdischen rausgestrichen wurden. Und die lächerliche Hintergrundgeschichte, die wahrscheinlich mit den Außerirdischen verwoben ist. Na toll. Okay, also bis jetzt der interessanteste unbekannte Titel für mich in diesem Magazin. Mal gucken. Ich habe natürlich auch Ausgabe 2 von dem Ding. Da können wir uns dann vielleicht mal den Test dann irgendwann in naher Zukunft mal reinziehen. Mal gucken, was OPM dazu zu sagen hat. Okay, aber es scheint ein Geheimtipp zu sein. Einfach vom Fun-Faktor, wie es aussieht. Na gut. Stunt GP oder Grand Prix GP, wie auch immer. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Titel mit GP. F1 World GP. Stunt GP. Dann hatten wir noch Moto GP. Das ist als Demo drauf. GP. Das ist irgendwie so ein Zeitgeist, wie es aussieht gewesen. Rennspiel Extreme. Virgins neuer Flitzer Stunt GP. Verbindet packende Rennen mit aufwendigen Stunteinlagen. Mit ferngesteuerten Autos. Das erinnert mich an... Ach Gott, wie hieß das? Micromachines. Was ist aus Micromachines geworden? Verdammt. Geht es bei Teams 17s neuesten Werk über fantasievolle Strecken. Die kleinen Modellwagen sind dabei, über gigantische Schanzen und Hindernisse zu manövrieren. Leistet ihr hierbei aufwendige Stunts, ergattert ihr zusätzliche Punkte, um möglichst haarsträubende Tricks auszuführen. Müsst ihr spezielle Düsentriebwerke an den Fahrzeugen zünden. Dadurch wird das Auto wild durch die Luft geschleudert und dreht sich mehrmals um die eigene Achse. Klingt wie hier Rocket League, oder? So etwas. Skater kommen ebenfalls auf ihre Kosten. In der Halfpipe sammelt ihr im Stunt-Modus zusätzliche Punkte. Über 20 Modellautos dürft ihr in einem gigantischen Bausatz nach Belieben zusammenstellen. Das Fahrverhalten von Stunt GP ist bereits für diese frühe Version recht überzeugend. Lediglich an der Grafik sollten die Programmierer von Team 17 noch feilen. Auch interessant. Na gut, okay, die haben es wahrscheinlich geschrieben, als es noch nicht draußen ist. Aber hier steht Release-Datum Dezember 2000 und die Zeitung ist von Januar 2001. Gut, keine Ahnung. Spektakuläre Stunt-Renner mit noch mit grafischen Schwächen. Aber sowas, also gerade so Micro Machines oder so, war echt cool. So viele alte IPs irgendwie, die, weiß auch nicht, wenn man die nochmal irgendwie richtig gut neu auflegen würde. Aber richtig gut, meine ich. Naja, okay. Spiele-News in Kürze. PS2 in den USA sofort ausverkauft. Kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Schon kurz nach dem amerikanischen PS2-Start am 26. Oktober hieß es in fast allen Geschäften des Landes ausverkauft. Die meisten der 500.000 Geräte wurden bereits im Vorverkauf abgesetzt. Bis Weihnachten liefert Sony Woche für Woche 100.000 weitere PlayStation-2-Konsolen in den USA aus, um die riesige Nachfrage nach der neuen Sony-Konsole befriedigen zu können. In Europa ist auch wegen der geringen Liefermenge ebenfalls mit einem schnellen Ausverkauf zu rechnen. Summoner auf nächstes Jahr verschoben. Ursprünglich war das ambitionierte THQ-Rollenspiel Summoner als PS2-Starttitel in Deutschland geplant. Doch jetzt wurde der Termin auf März 2001 verschoben. Grund? Statt einer englischen Version will man nun eine komplett lokalisierte Fassung auf den deutschen Markt bringen. Im nächsten OPM2 liefern wir Rollenspielfans als kleinen Appetit tappen. Eine ausführliche Summoner-Vorschau. Was mir gerade so einfällt, es kann sein, dass diese Januar-Ausgabe im Dezember rauskam, aber deswegen die Januar-Ausgabe war. Und dann würde das wiederum auch passen. Hier nehme ich mit nächsten Jahr verschoben, dann soll es aber im März 2001 rauskommen. Und das hier kann sein, dass es so gewesen ist, wo ich gerade mal drüber nachdenke. Naja. E.A. setzt auf In-Game-Vermarktung. Aha. Hört, hört. Dabei werden gezielt Banden in ausgewählten Spielen der E.A. Sportsler als Werbefläche angeboten. Electronic Arts folgt damit Erfahrungen in den USA, die belegen, dass die während der gesamten Spieldauer sichtbaren Werbeflächen eine hohe Wiedererkennungswert bei den angesprochenen Zielgruppen erreichen. In deutschsprachigem Raum wurde dieses Instrument erstmals bei der populären Fußball-Simulation Fieber 2001 eingesetzt. Hm. Dabei werden gezielt Banden in ausgewählten Spielen der E-Sports-Reihe als Werbefläche angeboten. Okay. Ich meine mal, irgendwann vor ein paar Jahren mal von einem Konzept gelesen, vielleicht ist es sogar heutzutage, ich weiß nicht, wie gesagt, Fieber, lange nicht mehr gespielt. Ich hatte auf alle Fälle mal gelesen, dass echte Werbung auch geschaltet werden soll und die halt irgendwie dann quasi aus dem Internet immer nachgeladen wird. Also, dass die Werbung stets frisch ist sozusagen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage der Fall ist. Hier geht es wahrscheinlich darum, dass man diese Werbeflächen halt bei der Entwicklung angeboten hat und dann konnten sich wahrscheinlich Leute einkaufen. Und die Werbung ingame konnte dann natürlich nicht mehr geändert werden. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so angedacht war. Kein Plan. Aber ich meine Werbung, wobei ich Werbung gerade in Sportspielen irgendwie auf diesen Banden und so, keine Ahnung, finde ich eigentlich alles andere als schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es eher immersiv sogar, weil es ist ja in echt eigentlich genauso. Also, von daher in der Hinsicht, da finde ich Werbung eigentlich absolut legitim. Aber gut. OPM 2 ist online. Der Microsoft Internet Explorer. Aha. Okay. PlayStation 2. Top Infos. Wahrscheinlich ist der daran schuld, dass wir das jetzt erst sehen. 20 Jahre später. PlayStation 2. Top Infos. Das offizielle PlayStation 2 Magazin präsentiert euch ein vielfältiges Online-Angebot aus allen Bereichen des PlayStation 2 Universums. Wir stellen euch die Highlights vor. Ah, schön. Wenn ich mir die Bilder so angucke, das sieht schon verdammt oldschool aus. Oh Mann. Online-Charts, Testberichte von OPM 2 Online. PlayStation 2 Freaks und OPM 2 Redakteure diskutieren sich im interaktiven OPM 2 Forum die Finger heiß. Egal, ob ihr Fragen zu neuer Hard- und Software habt, bei einem Spiel festhängt oder Kritik zur neuen OPM 2 Ausgabe oder zur Webseite loswerden wollt, das OPM 2 Forum bietet euch stets die passende Plattform für eure Argumente. Ich denke mal, die Webseite wird es gar nicht mehr geben. Keine Ahnung. Könnte man sich auf alle Fälle auch mal angucken. Aber wenn es die noch gibt, dann leitet die bestimmt weiter oder so. Aber ich denke, den wir hier sehen, schade eigentlich. Werden wir nicht mehr vorfinden. Vielleicht mit irgendeiner Archiv-Webseite oder so. Kann man vielleicht nochmal das Ganze nachstellen. Wäre vielleicht auch mal ein Ausflug wert. Was haben wir hier? Ready to win. Ready to rumble. Boxing Round 2 von Midway. Da haben wir vorhin auch schon was davon gelesen. And the winner is ready to rumble Boxing Round 2. Afro, Thunder und Co. holen in Runde 2 zum Chaosie gegen die Konkurrenz aus. Und dieses Mal gibt es die volle Dröhnung. Geniale Features, 10 neue extrem schlagfertige Fighter, neue Arena und echte Stars aus Musik und Sport. Wir erinnern uns Michael Jackson und Shaquille O'Neal. Dazu eine geniale Grafik. Das ist der Tiefschlag für alle anderen. Unfair, aber sexy. Genau wie die Nummern Girls. Das haut jeden um. Es geht dezent in diese Richtung von Werbung, was ich vorhin mal bei dem anderen meinte mit dem Third Place. Schön. PS2-Spiele, die Neuheiten. Die Entwicklerstudios weltweit laufen heiß. Mehr als 60 Playstation 2 Titel erscheinen in den nächsten vier Monaten. 60, krass. Jetzt überlegen wir mal, was jetzt aktuell bei Playstation 5 und Xbox Series X alles so ansteht. Krass. Okay, naja. Okay, Dezember, Januar. Okay, also hier haben wir die Übersicht, was wann released wird. Das würde ich jetzt tatsächlich mal nur überfliegen. Ach, guck mal, sogar noch PS1-Highlights. Also zu der Zeit wurden auch noch, naja gut, das ist jetzt nicht so lange her dann, Playstation 1-Spiele offensichtlich veröffentlicht. Digimon World Dino Crisis 2. Auch eine Serie, die ich endlich mal nachholen wollte, ey. Driver 2, Fear Effect 2, Retro Helix, Final Fantasy 9 und Legend of Dragoon. Krass, ey. Da sind einige Top-Spiele dabei auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Na gut, das sind wahrscheinlich die Spiele-Highlights, von denen wir, ja genau, Dead or Live haben wir auf alle Fälle schon gesehen. F1, MotoGP, Disney's Dinosaurier, Uni, die erste Beta-Version ist weniger erbaulich. Wir hoffen auf Besserungen. Shadow of Memories, Konami-Side-Reise-Adventure für Erwachsene kommt bald. Auch noch nie gehört. Gehört. Summoner, Zone of the Enders. Wurde ich auch schon längst mal nachholen. Ist mittlerweile auf dem PC erschienen, glaube ich. Final Fantasy 9, großartig. Surfing Age 3, oh, da ist es wieder. Nasses Vergnügen mit coolen Surfbrett-Controller-Aufsatz. Oh, Mann, ey. Donneduck, Quack-Attack. Für Donneduck-Fans fängt das nächste Jahr gut an. Naja, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ihr seht es ja hier, was wann rausgekommen ist, samt Einschätzung. PS2, die Top-Spiele. Welches Spiel muss man unbedingt haben? OPM 2 präsentiert die besten Playstation-2-Spiele für jeden Geschmack. Alle sind bereits erhältlich. Okay, was haben wir denn für... Okay, wir haben Fußball, wir haben Eishockey, wir haben Fever 2001 und NHL 2001. Na gut, so viel Konkurrenz war da ja auch nicht. Snowboarding haben wir SSX Snowboarding. Boxen haben wir Ready to Rumble Boxing Round 2. Autorennspiel ist Ridge Racer. Motorradrennspiel MotoGP. Wer hätte es gedacht? Action Silent Scope. Und bei Beat'em Up ist es Tech & Tech Tournament. Most Wanted aus den Leser-Charts. Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten? Eine Umfrage auf unserer Webseite zeigt eure aktuellen Favoriten. Auf Platz 1 ist Metal Gear Solid 2, gefolgt von Zone of the Enders, danach Dead or Alive 2. Platz 4, Silent Hill 2. Ich hatte es ja anfangs schon mal gesagt, ich hatte es schon mal durchgeblättert in der Vorbereitung. Und hier ist auch ein Test oder eine Vorschau zu Silent Hill 2 drin. Und da freue ich mich besonders drauf, denn Silent Hill 2 ist eines... Also ich habe mit Sicherheit ein Retro-Brille auf, aber eines meiner absoluten Lieblings-Horror-Spiele überhaupt. Und das war auch eines der ersten Spiele, die mir richtig Angst gemacht haben. Silent Hill 2, absolut großartig. Grand Turismo 3, Unreal Tournament, kam auch für die PS2, okay. TimeSplitters, FIFA 2001, Final Fantasy X. Mein persönliches Lieblings-Final Fantasy, ja. Viele sagen immer, es sind Teil 7 und so. Teil 7 großartig, keine Frage. Aber, was auch nicht, Teil 10 hat mich am meisten gecatcht. Aber da wird ja schon seit Jahren diskutiert. Jetzt soll jeder gut finden, was er gut findet. Ist im Endeffekt auch egal. Ich mag Teil 10 sehr. The Getaway. Kenne ich nicht. So, wir haben hier Werbung für TimeSplitters. Ich glaube, TimeSplitters habe ich auch nie gespielt. Aber ich bin der Meinung, dass TimeSplitters auch eine sehr, sehr große Fangemeinde hatte. Und war es nicht sogar so, dass irgendwie ein offenes Ende war? Und irgendwie... Es kam aber nie ein Nachfolger. Oder gab es noch TimeSplitters 2? Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. I don't know. Exklusiv für Playstation 2 bis zu 4 Spieler. Inklusive Level Editor. Zur Erstellung von eigenen Deathmatch-Karten. Super cool. Level Editor war irgendwie damals immer der Shit. Hab sehr gerne mich damit beschäftigt mit sowas. Pausenlose Action kombiniert mit schrägem Design. Garantierte stundenlang Spielspaß. Wer Ego-Shooter liebt, wird in diesem Jahr an TimeSplitter nicht vorbeikommen. Na toll, ich liebe Ego-Shooter, aber irgendwie bin ich nicht vorbeigekommen. Dammit, irgendwas habe ich falsch gemacht. Das war Episode 1 von 5 der ersten Ausgabe meines neuen Formats Retro. Ich werde hier einen Cut machen, denn sonst wird das Video viel zu lang. Ich werde das Ganze unterteilen, ähnlich wie es auch das OPM 2 tut. In der ersten Ausgabe haben wir uns jetzt die Demos und News angeguckt. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Vorschau. Da werden wir uns Spiele angucken wie Gran Turismo 3, Wipeout Fusion, Silent Hill 2 und viele mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das unterstützt das Format und meine Arbeit hier auf YouTube. Wenn ihr sogar der Meinung seid, ihr möchtet mich gerne finanziell unterstützen, dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Checkt gerne mal meine Patreon-Page, Link dazu findet ihr gerade eingeblendet. Ebenfalls findet ihr diesen in der Videobeschreibung vor. Dort gibt es auch noch diverse andere Möglichkeiten, wie ihr mich supporten könnt, wenn ihr denn wollt. Außerdem in der Videobeschreibung alle relevanten Links zu Social Media Kanälen, ein Link zu meinem Discord-Server und zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass ich regelmäßig auf Twitch streame. Ebenfalls den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei, ich freue mich über euren Besuch. Das war es für den Moment, bis zur nächsten Episode. Kenner, deiner, Pixel.